hi leute willkommen zu einem neuen unboxing video diesmal gibt es hier so ein anker smartphone sportarmband also firma anker smartphone sportarmband und das hat sich meine partnerin bestellt bei amazon das ist für 5,5 zoll smartphones denn sie hat ja jetzt das große blubo edge und das hat 5,5 zoll und sie hat ja so ein ähnliches smartphone halterung aber da passt das große smartphone vom blubo nicht mehr hinein und da sie sport macht wollte sie eine neue smartphone halterung fürs arm und ja da haben wir uns das ganze bestellt und schauen wir uns das ganze einmal an normalerweise ist diese smartphone halterung für iphone für iphone 6 plus und iphone 6 plus für iphone plus und iphone 6 plus also iphone 6 und iphone 6 plus oder so irgendwie keine ahnung auf jeden fall es hat von der größe her 5,5 zoll also passen 5,5 zoll smartphones hinein und ja für sie ist das bestens geeignet die anschlüsse müssen bei ihr auch gar nicht passen denn kopfhörer verwendet sie bluetooth kopfhörer also da ist es nicht notwendig dass die anschlüsse passen ich habe hier vorhin bluetooth eingeschaltet ich werde das einmal ausschalten so und jetzt werden wir das ganze einmal hier hinein stecken also da würde glaube ich sogar noch 5,7 zoll auch noch hinein passen denn da ist noch etwas platz auf jeden fall schaut das so aus und das ganze montiert man beziehungsweise tut man das aufs handgelenk kann man natürlich hier weiter unten auch aber normalerweise gibt man das hier oben drauf und dann hat man das hier seitlich und kann joggen gehen und hat sein smartphone immer bereit und mit den bluetooth kopfhörern verliert man auch die verbindung nicht hat das ganze immer dabei und ja mit dem bluetooth kopfhörern kann man sehr gut joggen gehen radfahren gehen sonstige sportliche aktivitäten die man draußen macht also für mich ist das sogar ein bisschen zu eng gewesen also so ist es jetzt besser ja und das ganze hält auch ziemlich gut dadurch dass es hinten so ein neopren oder was für ein material das ist also das rutscht wirklich nicht hinunter und ja wenn man joggt oder radfahren geht dann hat man auch sein smartphone immer griffbereit kann natürlich hier auch auf die sachen zugreifen und wie man sehen kann kann man das ganze auch steuern also da ist die die hülle kein problem wie man sehen kann kann man das ganze auch ansteuern also wirklich kein problem und ja man kommt obwohl dieser anker smartphone armband für iphone ist kommt man trotzdem auch mit dem blubo kommt man sehr gut an alle knöpfe heran und kann da wirklich auch ja das ganze steuern also da ist kein problem dabei und also ist es nicht unbedingt jetzt nur für iphone 6 plus und so weiter iphone geeignet sondern man kann es auch hier in diesem fall für ein blubo smartphone verwenden hauptsache die größe passt und ja ansteuern kann man auch durch diese plastik abdeckung das smartphone sehr gut also da gibt es kein hindernis wie gesagt dann hat man hier auf der seite noch platz für schlüssel hier zum beispiel hat man eine halterung für kopfhörer da ist kopfhörer symbol das ist auch so ein klettverschluss und da kann man die kopfhörer sehr gut verstauen hat man immer mit und dann ich möchte das mal kurz aufmachen damit man das sehen kann also hier auf der seite hat man einfach für schlüssel ausschlüssel zum beispiel und kann man das hier verstauen und hat das dann auch immer griffbereit also sehr praktisch also smartphone kann man ganz einfach mitnehmen dann auf der seite platz für einen schlüssel und auf der anderen seite platz für kopfhörer die man mit dem klettverschluss hier befestigen kann und hat alles immer mit und kann schon raus in die natur und sport betreiben laufen radfahren ja alles möglich mit diesem smartphone armband von anker da ist irgendwo auch das logo drauf ja hier ist das logo auf der seite also anker und ja das ganze hält auch sehr gut material ist irgend so was wie neopren würde ich mal sagen also ist es auch wasserdicht also leichten regen kann dieses der teil also dieses smartphone armband locker wegstecken passiert dem smartphone überhaupt nichts und man hat auch kopfhörer und die schlüsseln sicher verstaut auch smartphone sicher verstaut und ich würde mal sagen da passt sogar ein 5,7 zoll auch hinein so das war's von diesem anker smartphone sport armband also wer sport begeistert ist dem würde ich auf jeden fall so ein armband empfehlen und das kostet nur wenige euro und ja ist aber ein nützlicher helfer damit man ja die sachen so einfach mitnehmen kann also smartphone schlüssel kopfhörer ganz einfach verstauen und am arm mitnehmen so das war's auch schon von diesem kurzen unboxing video über ein abo würde ich mich freuen dann verpasst du auch keine videos mehr und ich wünsche dir noch viel spaß auf meinem kanal und bis zum nächsten video sono hier Untertitelung des ZDF, 2020